Was ich hier total spannend finde, ist, dass hier auch alle lernen wollen. Also das Tolle ist für uns einfach, dass man mal sieht, was eigentlich passiert, wenn man aus der gewohnten Büroumgebung, aus der gewohnten Arbeitsurgebung rausgeht und einfach mal ganz neu out of the box Dinge denken kann. Die Infrastruktur ist top, die Leute sind super nett, man kann sich super gut auf seine Idee fokussieren. Ich finde es interessant, wenn man merkt, wie schnell so eine Idee wirklich zu etwas avancieren kann, was auch einen Wert hat. Ich finde, dass wir damit eine ganz interessante Gruppe von Menschen erreichen können. Durch Hackathons können wir dieses Know-how einbinden, um es auf gezielte praktische Problemlösungen hinzulenken und damit den Weg für künftige Geschäftsmodelle zu ebnen. Der Weg zur guten Idee geführt über sehr viele kleinere, schlechtere oder bessere Ideen. Und das ist einfach hekatot.